Plan C, yeah! Ich brauche einen Plan C. Plan C ist so geil. Plan C? Ja? Was ist das? Motorrad. Motorrad, das ist eine AWO und eine wunderbare, wunderschöne. Also die ist ja wirklich wie im Neuzustand. Da steht aber Simson. Alter Schwede. Da steht Simson, das ist eine AWO, glaubst mir. Sehr schön. Ja, wir kommen bei Plan C. Wir sind heute, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, auf den Simson treffenden Harzungen. Mit Family. Na gut, das sind keine, das sind keine Simson. Gültet nicht. Aber dafür stehen hier genug andere Alte rum. Sehr schön. Mit Heike dabei, auch nicht schlecht. Ja, hier haben wir jetzt ein richtig schönes, ja fast schon Fernreisegespann, würde ich sagen. Geiles Ding. Schön gemacht. Mit Klapper und Klapper und Freiburg, ja. Einmal frei. Schönen großen Tank drauf. Kannst schon ein paar Kilometer mit zurücklegen. Ah, hier ist auch noch so eine Pferle. Das wäre was für mich hier. Ja. Die da. Das ist was für dich, ja. Sehr schön. Hier ist die fahrende Theke. Ja, das ist auch eine AWO. Das ist ja so eine AWO. Ja, so eine AWO. So einlerte Volker, ja. Beim Sprung durchgebrochen. Auch nicht schlecht. Aber siehst du, guck mal, er hat ein Dings gleich dabei hier. Offizielle Werkzeugfach. Guck mal, und hier ist ein alter Honda. So eine hatte ich mal als CM, aber als Shopper. Die Motoren sind auch. Die sind eigentlich größer in der Rülle rum. Ja, klar. In Erinnerung hast du immer größer. Das sind ja auch nur, was ist das? 3,50er oder so, ne? Oder 2,50er. Papa, noch leichter geht die Brülle nicht. Noch leichter geht die Brülle nicht, ja. Schöne alte Esser. Und ein schöner Lederhut. Ja, ich auch noch da. Da hat dich nur einer reingeschissen, ne? Da fehlt ein bisschen Chlor im Pool, ne? Da kannst du doch schon im Gelände was mit anfangen, ja? Ich bin cool, ich weiß. Aber du bist sowieso cool. Ich weiß. Guck mal hier. Ja, hier sind so Handgranaten. Das sind Ohrenstöpsel. Das sind so Stielgranaten. Die nimmst du dann. Ich weiß. Und dann? Schmeißt du los, wir explodieren. Weißt du, Munition ist noch da. Guck mal, hinten der Ball war ganz cool, ne? Ja. Mit Suscheinwerfer. Das ist auch geil. Nein. Hier sind so ein MG und dann schießt das rum. Quatsch, das glaubst du nicht, ey. Es gibt doch keine S50 mit Ballwagen original. Gebrauch. Aber cool gemacht. Für Stielgranate, oder? Ja. Ja, was soll denn schon sein? Vorgebrauch, Klappchen, 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 Klappchen. Ja. 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 Ja.